So, nun willkommen zu Neo Geo Mini Gameplay. Ich spiele halt Kingfiles 97. Ja, 97 war früher das liebste Spiel, wo ich die PS2 noch hatte, die Orchic Collection. Da hatte ich 97 und 98 im Radar gehabt. Aber es ist abgestürzt mir für mich halt ein bisschen. Es ist halt sehr cool. Ich habe da immer gedacht, wo ich 2000 immer gehabt habe, wollte ich immer 97 mal spielen. Ich habe es glaube ich auch auf der Arcade mal gespielt. Jawohl, das ist 97. Sehr cooles Instrument. Jetzt ist der Vorfall, der Anfang ist es zu beginnen. Jetzt ist der Vorfall, der Anfang ist es zu beginnen. Die Kingfiles 97. Die Geschichte und die Spiele sind in meinem Test. Okay, das Intro ist ziemlich gut gewesen. Finde ich viel besser als 98. Auch wenn 98 mehr bessere Technik drauf hat. Okay, natürlich. Englisch, ne? So, noch M4S. Hm, mach ich lieber nichts. Die sind ganz schön 10, ne? Am Schluss. Die Gegner. Okay. Wie man das Spiel spielt. Weiß man eigentlich schon, aber... ...dass man es halt auch mal sieht, wie das bei 97 aussieht. Das sieht ja bei jedem Spiel komplett anders aus. Sind es Lowdowns? Hallo? Ich glaube, das machen die extra Not oder was. Ist es extra oder ist es zu langsam? Komm, jetzt holen wir uns her eigentlich langsam vor. Hm. BMW nicht sicher, ob das auch 97 war. Dass es so langsam geht, hm? Müssen es auch ein bisschen schneller gehen, die Geschwindigkeit. Hm, hm. Ist wahrscheinlich ja... ...bei den Neo Geo Mine, wo es so gemacht, hm? Dass nicht alles richtig läuft, hm? Das wäre nicht so toll. Okay, mit Special-Must tun, die... ...aufladen und Normal-Auflagen gibt es auch. Aha. Ja, das ist das erste Spiel, wo man Special-Auflagen kann, wie bei normalen Kampfspielen. Ja, man kann bis zu 3 aufheben. Und selbst wenn man das aktiviert hat, nur in 97. Wenn man aktiviert hat, kann man noch immer, ähm... ...laden... ...kann noch immer seinen Special hoch arbeiten lassen. Das ist bei allen anderen Kampfspielen nicht mehr, bei King-of-Heider-Spielen. Genau. Dann kann er noch ein bisschen... ...aufladen lassen, sonst... ...auch wenn er einen Special einsetzt, also dann einen Verstärkerangriff. Okay. Nehme ich Advents. Dann... ...geht die, ähm... ...zeit nicht um, sondern man hat... ...sondern man kann es noch einmal einsetzen, wenn man 3-volle Special hat. Ah ja. Chizoro ist raus... ...rein gekommen. Die... ...zwischen... ...entbar sind. ...haben wir einmal gehabt, seit, ne? Ähm... ...mach mal gleich die. Okay. Steuerung musste jetzt als viel wie besser sein als CX-N zu sein. Aber auch nicht perfekt. Das war ja auch noch, als wir noch am besten gemacht, glaub ich. Okay. Chizoro als... ...vorein Gegnerin. Ziemlich, ähm... ...verspeckter... ...ähm... ...taß... ... miteinander... Ja x5... Ne... ...joh... ...ja... 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 die aber haben der Besinn hat ein Verlangen bei der Sonne wir haben ihn ja wie muss als er anders wie wir sicher zwar noch unten uns alle Stadtrassen kann ich da ein Move ansetzen die Ich hätte vielleicht noch trainieren müssen. Oh ja, egal. Nächster ist kaputt. Achso, man kann keine vier extra. Ich dachte, nach einer Ordnung kriege ich gar nicht bis zu vier. Special ist einsetzen. Na gut, dafür kann man ja mehrmals einsetzen. Special ist einsetzen. Ich denke, das ist nicht so toll irgendwie. Okay, das ist perfekt. Das stärkt ganz gut. So, einmal den Stärker. Ah, okay, der andere hat nicht geklappt. Oder hat er einen anderen? Die Musse habe ich nicht an Wacken schafft, ob die noch anders angehen. Okay, ich kenne mich gerade nicht gegen einen Hauptsteam. Originalteam, ne? Okay. Das war 20 Verschütze, die nicht geklappt hat bei der letzten Augen. Okay, gegen King haben die keinen Schuss gehabt. Ich glaube, alle drei haben verloren, ne? Gegen der King, ne? Ah. Der erste Gegner hat nichts zu viel in der Gegend gehabt mehr. Okay, in diesem Spiel ist es zum ersten Mal, dass es da keinen Kommentar gab. Habe ich schon bei der Präsentation gesagt, aber ich sage halt noch einmal. Bei den Testspielen. Okay, ich nehme lieber Chitsure zuerst, ne? Weil ich nicht so gut spiele kann. Die Beste nehme ich natürlich zum Schluss. Okay, Korea. Ah, sehr schöne Lette, finde ich. Let's starten. Round 1! Ready, go! Oh mein Gott! um der die noch die Tricks ein bisschen anders geht bei mit Schizo das war bei 98 dann da das Seher muss ein bisschen anders gehen das hat also noch nicht verweckte zu nehmen Ralfschau und ist auch wieder kaputt Okay, Leben kriege ich wieder zurück, die hier an den Kratzer. Okay, King macht sie wieder alle kalt, oder? Okay, jetzt habe ich drei Species, jetzt kann ich mir alle drei einsetzen. Okay, das war's, oder? Was? Kann ich ausreiten damit? Okay, komm mal an, Gif. Wie war 96, dass ich da getroffen werden kann. Es war jetzt so, bei 96, dass ich vielleicht gleich verloren habe, bei besterken Angriff. Also ich wurde halt getroffen, ne? Obwohl es ein Special war, das meine ich halt, ne? Weil die haben Unverwohnbarkeit meistens. Okay, dafür ist der nicht so schnell wie bei 96. Aber ich habe ein bisschen gewundert. Fehler, nein. Keine A-Wärm. Okay, hier ist Shizuo. Mal schauen, ob der hier sagt, gewinnt. Oh, Shizuo ist da nicht so stark mehr, ne? Wie man so sieht halt, ne? 96 ist der Android hier am stärksten gewesen. Obwohl, 2003 gibt es die auch wieder. Aber jetzt kann man einen Schuss halten, ne? Wir haben ja erstmal noch den ganzen Spiegel hier vor uns. Okay, die geht so. Hach mal, Spiegel. Hach, gekonnt hat er. Hach, gleich Kyo Kotsunaga besiegt's. Den Helden von 97. Dabei ist der Kyo in 97 viel stärker als in 96. Hach. Okay, aber gut, gekämpft auch immer. Ah ja, eigentlich nicht so, aber. Komm, wir haben besser rein. Die Wurf geht auch anders, okay. Aua, Shingo ist dafür stark. Okay. Dann kann ich einen Späscher einsetzen. Versiege jetzt, die macht's. Ah, ich war auf der anderen Seite. Was, getroffen noch? Da hat auch eigentlich was genug weg. Okay, dieses Spiel haben auch welche, ähm, eigenes Hot-Trick. Wenn die halt mal dran sind, nicht mehr das Team wie vorher, ne? Okay, die werden mal als eigentlich nie. Das ist das erste Spiel, wo die eigenen Charaktere, die ganz mischt haben. Das ist das erste Spiel, wo die eigenen Charaktere haben, wenn die halt, ähm, ankommen. So wie Athena. Wie der andere Musik. Nur bei Athena, aber bloß, ne? Nichts Team-Tabs. Das ist ja unterschiedlich gewesen. Was? Ich konnte das von uns werden. Ah, von oben? Fies. Was, getroffen noch? Okay, Athena ist bisschen stärker als die anderen. Aber ich hätte eigentlich gewinnen müssen. Scheiße. Ich dachte, rückwärts rollen, mache ich jetzt jetzt und dann trifft sie mich. Okay. No special. Mit 6 Minuten in die Pfanne. Ich werde doch nicht verlieren. Doch, werde ich. Scheiße. Okay, Athena hat selbst Marek gleich besiegt, ne? Okay, mit King ist er viel stärker geworden, King. Mal 96 haben sich da Riesenprobleme gehabt. Okay, Moosklaven darf hier besser. Okay, da sind wir auch mal die anderen Charaktere. Na, Juri. Hast hier nicht so gut gezeichnet, sass. Lecker. Dann machen wir halt so. King kommt zuletzt dran. Ja, wow, kann man überspringen, was wir schon mal gesehen haben. Okay, gleich Athena. Mal schauen, ob sich hier so lange klarkommt. Ah, entschuldigt sich. Dass ich sie verloren hat. Okay, vor der Neki sogar. Ey, die Schiedsuche haben uns die Gleichkeit gemacht. Okay, dafür ist Kyo wahrscheinlich stärker jetzt halt, ne? Oder wir haben jetzt besser gespielt von der... ...CPO. Tabakum, man schade! ...Kero! Infeckel! Infeckel! Ja! Wir haben uns mal gesehen. ...Ko, der Neki. Sitkel! Oh! Ja! Bist, du? Bist, du? das war ein Fehler was er da gemacht ah da ok ich hatte ihn nicht ganz getroffen richtig ne also ein verstärkter Angriff Specials ne aber er hätte da besser angreifen können wahrscheinlich ne das ist ja schon ein Komover war der Special ne ah so geht es auch ok aber das kann ich machen nix da ach Mist ah spürst du das ok das ist wieder besser geworden ne kann man langsam sehr gut zurecht mit der Shizu ok das ist auch wieder sehr betrieben kann man auch beim sehen was da los ist wie es da auf Hände so sein ne ok 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 hat nichts ausgemacht ah da hat man ja den stärkeren Angriff der Arm der Arm hat ok 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 ich kann schnell Zeit ok 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 ich bin 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 ok 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 so gut 96 hat er ganz schön aufgeräumt aber dass er stärker wieder ein bisschen anders balanciert die Balance ja wurde die mal wieder genervt oder die anderen mehr gepusht gerne wurden mehr gepusht hab ich mal ok machen wir diesmal die mal zuerst ok ohne Jury ok Match 4 ne glaub ich ja Endspiel merke ich schon Slowdown Zeit ne ist also nicht perfekt gemacht schade eigentlich was der hält es einfach aus ja das Thema das ist schon anders jetzt ok neuer Move da Fehler zorn ok ok ich muss mich auch wahrscheinlich anspielen in der neuen Video ok diesmal war es nur einen Tag her ne round 2 ready go dr frei da le krank 3 aus zu dann soll ich mir mal machen, nicht. Einfach nur bloß schaffen. Okay, ja, bei Nummer 1. 2 bis 6 schon. Okay, leid, wenn alle drei wieder ganz stark sind, ne? Dann muss ich mich daran gewöhnen. Jetzt kriegen wir alles sehr ganz schön, ne, äh, äh, äh. Ich ging es dazu zufällig spielen. Okay, das war's. Ah, auskriegen. Ah, war sehr schlau, Roberto. Ja. Roberto hat gewonnen. Mist. Okay, Chito. Ha, am Boden mit dir. Wo du hingehörst, Roberto. Okay, wiederkommen. Okay, spannend. Ich werde das per, ähm, TV übertragen. Bei 96 auch, aber da zieht man es halt nicht. Bei 97 sieht man es alles richtig. Ist da viele Zuschauer gehabt? Ist da viele Zuschauer mit Kamerateams und so? Okay. Hm, holen wir doch mal wieder. Schieße rum, ne? Okay, auch zu dem. Okay, in diesem Spiel muss man nicht alle Teams besiegen, weil das ist schon zu viel Essens. Dafür gibt es aber 7, 8 Stations, glaube ich. Das reicht auch, ne? Was? Ah, verdammt. Okay, das ist ein Yashiro, aber es ist so cool. Okay, das ist ein Yashiro, aber es ist ein Yashiro. Das ist ein Yashiro, aber es ist ein Yashiro. Okay, Yashiro macht's beide fertig. Das sieht nicht gut aus. Okay, dieses Mal ist das Original-Herochute-Team wie bei der anderen, Devin. Okay, da geht der halt den noch immer eher an, da ist Wein. Die King. Okay, da sind die, äh, die Charamie zum ersten Mal dabei. Äh, alle 30 zum ersten Mal dabei. Was ist das? Ars. Spam da gar nicht so sehr schön. Ich bin mehr. Das vergessen. Spam da gar nicht so schön. Vor der Nase. Ah. Das sieht nicht so toll aus. Okay. Nun wird noch relativ weitergekommen. Okay. 97 ist wahrscheinlich jetzt was wieder einfacher als, ähm, als 97. Aber 96 noch etwas schwieriger. Da, da ist dann 97 langsam die, ähm, Standard gewesen. Was die Schwierigkeit betrifft. Okay, nächstes Level. Okay. Wollthey. was die Schwarzer für heute? Ist ja schon하세요. Ja, ne? Ja. 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 Krass! Das vergessen hat er! Okay, diesmal war es nicht mein Spiegel! Das gibt es in der Version, wo die Shizuru nicht selber angreift, sondern nur ihr Spiegelwitz. Was ziemlich krass ist! Ah, verdammtes Spiegelwitz für die Katz ausbegeben! Okay, der Shizuru macht da ganz schön große Kräfte! Okay, wieder voll Energie, Mist! Ah, was? Ausgewehrt! Ah, jetzt bin ich aufgewehrt! Oh mein Gott! Ah, ich dachte... Die Reichwelle geht nicht so weit! Kann man wissen, dass sie so schlecht einsetzen! Ja, ich schätze! Okay, er hat fast gar nichts ausgegeben, ne? Ja, so viel Energie der Shizuru! Okay, ist gefährlich! Ja, Shizuru! Und jetzt ist das? Ja, ich schätze! Ich bin sehr schnell andeig! Wofür! Kinder sind aufgerätig! was kann special ob solche gedrückt haben okay das ist nicht sehr genau die kontrolle angabe selbst zu tun ist schon so was aber es könnte ja noch besser sein Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Rund 1. Los geht's! Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ah, geile Erreichweite, schießt so. Okay, der Arthur. Der geile Arthur kommt zu ihnen. Alter, warum kann er einen Arthur überhaupt holen? Das ist unbekannt. Kann er in Achturz und 2002 auch nichts verlieren. Oh. Aua, wieder zwei besiegt. Okay, Ashera hat wieder zwei besiegt. Wir haben noch relativ viel Energie dafür, ne? Das ist sehr, sehr schlecht. Okay, zwar für ihn, aber... Okay, perfekt. Jetzt mal habe ich ihn gekriegt. Okay, zum ersten Mal einen Quiz zum Einsatz. Ah, ganz vergessen. Von wegen, es ist wirklich los, ich habe dich gekonnt, Alter. Ah, klar. Kann er rutschen? Ist mir die Beziehung von der Vier oder was? Ah! Äh! Jetzt gibt's auch. Nach der anderen Mission! Das war eine Spielfehler wieder, ne? Jetzt haben die da nicht verbessert. Oder ist da, der Bug da auch gekommen? Ne, gibt's auch ein paar Sex-Nur, stimmt ja. Die sind noch nicht perfektioniert. Achtung! Achtung! Ich hab' vergessen, nicht sparen! Noch grad so geschafft! Das wär's gewesen für mich! Das erste King of the Screen habe ich filmen können! Yay! Okay, King of the Mastermind! Ah, Zeichnung ist ja schlechter geworden als bei... 96! Und auf jeden Fall ist die Zeichnung im Aussehen nicht gut gemacht worden! Okay, Ikari-Team gemischt mit... Ähm, Japan-Team und Pedofuri-Team. Kein Orgineer-Team! Was soll der Scheiße? Okay, das ist dann wahrscheinlich das Winane. Danach kommt entweder... Orochi, Iori oder Leona. Zum Einsatz! Aua! 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 Okay, kein ziemlich gut mit dem Ding machen! Aua! Geile Chance! Mist! Das ist schon mal ziemlich schlecht! Perfekt, Oua! Aua! 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 Okay, da kann ich wieder den ersten... Game of the Screen fühlen! Aua! Aua! Fühlt sie nicht gut an! Aua! 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 die Zeit sie nun sein ab er hat man sich was zu bringen und an das Leben das war aber ein Kettiziener nicht scheiße ja aber nicht kurz K.O. 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 Kriegt er alles wieder zurück? Ah, nicht ganz. Ah, das ist ein bisschen bringen. Er ist zu viel. Ja, das ist jetzt mein Gegenstand. Okay, kann zu essen. Was? Was? Abgewehrt. So, besitzt jetzt erst gewesen. Nicht getrunken. Ach, kann nicht mehr ausweichen. Scheiße. Okay, es ist ja Game of the Screen. Andy hat es noch gepackt. Okay, jetzt schauen wir mal, wie es sich anschaut. Das könnte eigentlich besser sein, man. Okay, wie viel Prozent? Ah ja, 33 Prozent, My King und Jisoo, genau. Ah, dritte Platz ist unbilligt. Okay, wieder auf Englisch, das ist ja klar. Ich hätte gar nicht einstellen müssen, wenn es auf Anfang ist, dass es auf Englisch ist. Ah, gut, wegen der Spielerklärung hätte man es noch lassen können, aber storymäßig wäre es gewesen. Du bist ja jetzt nicht ja, ich hätte das besser. Naja, das ist ja nicht. Mal sehen. Es ist ja nicht mehr, du bist ja nicht. Ich bin der, dass ich es nicht mehr so verabredet habe. Ich bin der, dass ich nicht mehr so verabredet habe. Das war's für heute. und er kann uns diesmal ein Ding soll ich gehen müssen die Letzte Runde da kann ich es gab's aber ja ich bin so sehr auf die Speicherheit konzentriert aber er hat nicht gut gekämpft round 2 maybe go d 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 gar nichts du sau d 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